willkommen zurück zu mitopia hier haben wir ein bonuslevel nach diesem bonuslevel sind wir wahrscheinlich schon fast durch mit diesem gebet und können vielleicht endlich ins finale dieses spiels rein holen hotdog das war alles nur für dieses hotdog gibt es noch was ja ja herrschersuppe noch was vielleicht eine riesige truhe mit ausrüstung teure ausrüstung vielleicht hühnchen curry ok nur ein bisschen essen ok ok alles klar das war das bonuslevel jetzt erstmal schauen was fehlt uns jetzt noch nur noch ganz hinten hier dieses level aber das ist eine truhe habe ich gar nicht gesehen und dann machen wir den boss dieser welt und können dann hoffentlich in den himmelsturm endlich rein ja hier sind zwei truhen die wir veröffnen können riesige truhe ohne shading die ganze welt an wie kein shading herrscherkostüm für girlfriend der hut sah besser aus aber die kürze haare kann ich ändern würde ja alles kaputt machen ja ok hat was aber gehört das ganze display lang dieses ausführte das kann doch eigentlich bleiben das passt halt ziemlich gut muss ich sagen alles klar dann was wollt ihr noch nichts gut aber direkt den boss mama direkt den boss oder ihr quatsch noch schnell kurzen level ab vom boss eigentlich immer gut solchen level ups 18 schon letzter wunsch ok du willst auch noch mal hier ein level ab machen können wir machen schnell ganz fix bitte ich will den boss machen ich kann überhaupt nicht mit dem boss sehen leider bei der band waschte freunde wer wird der boss sein ich vermute mal sind irgendeine blechdüchse werden sehen auf geht's will man ihn gleich noch mal die juwelen oder meine güte ich will zum roboter je nachdem mehr mein gott Dumbledore roboter ok ist ja lame der Name aber ich weiß nicht wieso ich muss irgendwie so ein bisschen an eh doktor robotnik denken an diese verwandungen hier ich weiß nicht wieso aber ja Dumbledore der boss alle drei helfen mir das war richtig viel damit schutzstreuer aktiviert nutze dieses mysteriöse streue um deinen charakter vor einem angriff zu schützen durch ein gegner ins visier genommen ja dann wird das nächste mal ganz schön wehtun aber nur keine frage mit hilfe des schutzstreuers kaputt jeder schaden hat sich ein gegner anbietet der schutzstreuer den punkt schreibt ihr das video ok war zu acht dafür habe ich diesen barriere zauber den steuer nicht benutzen jetzt habe ich mal ausprobiert den kampf benutze ich den jetzt mal alles klar riesenwaffe wahrscheinlich wird der final boss das auch können oder muss ja eigentlich sonst würden wir das jetzt nicht bekommen nicht bekommen das ist dann wahrscheinlich der letzte streuer oder vermutlich alle rauf da ganz viel damit bitte machen macht alles wenig damit ich bin einzig denn hier richtig was macht ja das war schon mal ziemlich gut fast die hälfte weg ok ich mach doch noch mal den reise angriff über 200 für mich erhofft aber wollte ich sagen war schön dass es wirklich so geworden ist super aber ich glaube hier ist jetzt mal bei Jesus den schutz einem wird mal ausprobieren ob diese barriere unterbarriere zauber die ich habe ob der das gleiche macht ja was ich das gleiche das sieht bisschen anders aus Ich weiß nicht, ob es das gleiche ist. Wir werden es jetzt sehen. Ah, also nein? Oder doch? Hat es jetzt Schaden etwas vermindert oder hat es nicht geholfen? Ich kann es gerade wirklich nicht sagen. Egal. Der kann auch nichts mehr sagen, denn er ist kaputt. Tja! Spine-druckend. Nice. Und damit sollten wir nun durch sein mit der blöden Questerei. Plopp. Bin ich wieder normal? Nein, du warst noch nie normal. Ausgerechnet ich, Meister der Robotik, wäre beinahe ein Roboter geworden. Na ja, du bist nicht Dr. Robotnik, aber na ja. Wäre richtig lustig gewesen, wenn der Dr. Robotnik wäre, oder? Wer hätte das für möglich gehalten? Hätte aber zu deinem Mann liegen. Wo war das Ding gleich? Da nicht, da auch nicht. Ah! Ist dies das Juwel, das du gesucht hast? Ja, das ist es. Nachsinn-Juwel. Wenn das so ist, dann bitte sehr, nimm es nur. Vielen Dank. Es ist endlich vorbei. Endlich. Wir haben alle Juwelen. Hip, hip, hurra. Jetzt können wir den Himmel zum Betreten. So ein bisschen mulmig wird mir herrschen bei dem Gedanken. Leute, nehmt euer Herz in beide Hände, okay? Auf geht's! Kann ich loslassen? Ja, gut. Diese Roboterwelt ist damit abgeschlossen. Und yeah! Wir haben alle Juwelen für den Himmel zum gefunden. Jep, Augen, Nase, Mund, alles da. Gut, dann. Hey, wie wär's, wenn wir ein paar lustige Gesichter bauen, die basteln? Du kannst doch nicht einfach mit so wichtigen Juwelen rumalbern. Ich wette, fürs Murmelspielen eignen die sich auch ganz gut. Ja, sag die denn... Nein! Was, wenn sie damit kaputt gehen? Oh, ich hab's. Da kann sie am häufigsten übers Wasser flitschen lassen. Ich glaube, es geht los. Hat er nur Spaß. Mike, du lässt dich echt so leicht veräppeln. Das ist total lustig. Ja! Na gut, genug gefoppt. Jetzt kann sie loslegen. Gefoppt. Die Badi zur Befahr stehenden Eröffnung des Himmelsdorums. Ja! Toll. Jetzt kommt eine dunklere Förstung, nochmal alle mies weg. Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Raketenprojektil. Top, 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 top. Cool. In der Rakete fliegen wir dann hoch. So. Und du? Das kann ich nicht mehr leisten. Schade. Aber wir kriegen noch ein bisschen was zu futtern, bevor wir loslegen. Robo-Saft-Doppelstärnchen schmeckt aus Robo-Böchern ganz besonders gut. Probier's mal aus. Ja, schon. Robo-Saft-Doppelstärnchen leuchtet im Dunkeln ein Zeichen hoher Wirksamkeit. Maybe. Höllenhotdog, nur echt mit der Lieblingswurst des Teberus. Und mit Sämpf. Herrschersuppelstärnchen, für die Majestäten nur das Beste. So wie zum Beispiel diese Suppe. Ja. Wie es das angehört hat. Magst du das? Na, es geht. Nicht wirklich. Du? Nein. Und du? Nicht so wirklich. Alles klar. Du bist schon satt. Du kannst die essen. Kannst ganz viele von denen essen, ein bisschen Magie bekommen. Bram, bram, bram. Können die alle loswerden hier bei dir. Das ist schön. Dass hier jemand mag. Äh, sonst noch jemand? Finde ich die auch ganz lecker, aber lass mal sehen, was mit dem anderen Essen ist. Haben sehr viele, die noch nicht probiert. Ich glaube, ich habe nur eins. Ja, ich habe auch nur eins. Das hier? Okay. Du bist schon satt. Du? Okay. Du? Hier, die ganzen Fische loswerden. Haben eine große Kiste voll mit Fischen bekommen. Die müssen uns schnell verputzt werden, bevor die schlecht werden. Deshalb schnell alle ein bisschen Fisch geben. So, reicht. Jetzt sind wir unter 200 Essen. Das ist schon mal ein guter Start. In Anführungsstrichen Start. Das ist schon mal ein guter Start. Das ist schon mal ein guter Start. Okay, alles klar. Auf zum Himmelsturm. Let's go. Endlich. Wir haben alle Himmelsturm-Juwelen. Und das bedeutet was? Wir sollten den Himmelsturm betreten können. Und dann? Tschüss, dunklerer Fürst Iwata. Und zwar endgültig. Ich dachte, er wird befreundet. Ich dachte, er wird befreundet. Entschlossen. Ja, stimmt. Gut, dann bringe ich euch hinunter. Danke. Viel Glück, Mike. Ich mag solche Katzdienst. Ich mag den Fakt, dass wir endlich durch können durch diese Clownstür. Wir haben alle Fehl-Juwelen. Yippie. Also, rein mit den Dingern. Hurra. Also, los, Leute. Finale. Hey, da ist Tingel hinten. Mit ihm sollten wir mal plaudern. Himmelsturm. Immer noch nicht aus Pokémon Mystery Dungeon. Das sieht richtig aus wie so ein Planetarium oder so. Oh, die Musik ist richtig cool. Oh, ich mag die Musik. Das ist der dunklere Füßi-Pater. So erhatte man sich wieder. Nennet das ihr mal vorbeitauen. Ihr habt einen weiten Blick auf euch genommen. Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Ach süß. Eines an den Jahren noch ein bisschen. Ich habe eine und zwei Freunde zum Turm gezaubert. Freut euch auf ein lustiges Wiedersehen. Und dann Stille. Los, brechen wir auf. Zwei Freunde. Der dunklere Füß hat Freunde. Zwei sogar. Alles klar. Orochi. Oh, das sieht voll cool aus. Dieses Monster-Design. Nämlich so ein bisschen Dragon Ball. So der Drache mit seinem Dragon Ball. Das sieht voll cool aus irgendwie. Ich mag dieses Monster. Trotzdem müssen wir es beseitigen, denn es steht im Weg. Und es ist gegen uns. Wie lange das Spiel jetzt wohl dauern wird. Ich vermute mal genauso lange wie das letzte Gebiet. Also dieses Feuergebiet war. Ich denke, es war nochmal hier ein bisschen groß. Ein bisschen lang gestretched. Aber hoffentlich dafür dann mehr Level und weniger Variationen. Müde? Ein bisschen. Okay. Ich finde gar nicht ein Kampf ein oder was? Bitte nicht. Oh nein. Feuer-Dämonen. Ich krieg Flashbacks. Weg mit euch. Auspusten. Nochmal. Können sie einfach nicht auspusten. Hilft nicht. Kressen. Oh, hilft nicht. Oh, 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 oh. Nein. Nicht weinen. Der trifft nicht weinen, Leute. Oh, gut. Hä? Erster Beistand. Ankuscheln 2. Ah, gemütlich. Oh, süß. Mach das mal mit. Jeff. Einer down. Sehr, sehr gut. Der andere ist auch noch. Ja. Okay, das wird wirklich das Schwierigste dort. Bisher. Wenn so ein Normalo Gegner so stark sind, dann wird das schon was bedeuten, glaube ich. Wir sind bald durch mit dem Main-Game von Mitopia, ein Notfall. Young Mike ist wieder krank. Nee, Mike diesmal. Diesmal ist es niemals anders. Für die Abwechslung. Du war, du war, du war. Oh, ja. Aha. Skibidiwapapapa. Bum, bum. Oh. Essen. Super. Dum, dum, dum. Apropos Essen. Ich habe gehört, ihr wollt wieder ganz viel Essen. 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 Dum, dum, dum. Na komm. Essen wie es beide einfach auf Freddy. Num, 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 num. Ganz viel Magie hoch. Du, nochmal hier ein bisschen. Du, du bist schon glücklich. Egal. Hier, du auch. Zack, zack. Wir müssen jetzt alles loswerden. Wie sieht die anderen noch durch? Die anderen drei? Kriegst du die noch? Nee, einen kriegt er nicht mehr. Ah, Mist. Okay, wie sieht es mit den Fischen aus? Ah, natürlich, die beiden haben es noch nicht probiert. Ach, komm. Nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, Essen zu verteilen. Das ist mich genervt. Ja, Dolch der Nacht kann ich hier noch kaufen. Benutzen wirst du ihn aber nicht. Kannst du für deine Dolch-Sammlung benutzen. Weil der Fisch ist hier gefragt. Ein Fisch ist doch sowieso viel schärfer als so ein blöder Dolch. Das weiß doch jeder. Noch ein Level? Come on. Wir ziehen diese aber wirklich lange hinaus. Ich meine, hey, solange diese Level nicht, äh, verschiedenen Wege haben, ist es mir egal. Lila Kristall und Kristall. Okay, haut mal ab, bitte. Schmelzt. Oh, was? Die halten aber aus. Oh, die halten aber aus. Komisch. Aua, ich sterbe gerade. Oh, oh. Nicht gut. Bam. Mhm, mhm. Alter, die halten wirklich lange aus. Oh Gott. Dieser Ort ist wirklich schwer, glaube ich. Oh, aber drei hab ich down. Drei auf einmal. Immerhin. Oh, danke für die Mega-Heilung. Konnte ich gebrauchen. Alles in Ordnung, Miku. Dum, 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 dum. So, und jetzt rauf da. Bam. Nice. Dum, 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 dum. Kreischen gelernt. Sing grausam, um Gegner schwer und Freunde auf etwas zu verletzen. Okay, besser als krechzen anscheinend. Und du. Level 21 für Jesus. Giga-Heilung gelernt. Strahlendes Licht frisch bei einem Freund enorm viel IP auf. Oh, richtig gut. Das ist richtig gut. Also können wir entweder, ähm, Freddy oder Jesus benutzen, denke ich mal. Oh, hier ist ne Banane, okay. Ich will ein Krechzen. Was? Oh nein, hier gibt's, äh, hier gibt's verschiedene Wege. Genau das, was ich nicht wollte, gibt's hier natürlich noch. Das macht's überhaupt nicht noch nervig. Plopp. Nerviges letztes Gebiet, naja. Na gut, ob es wirkt das letzte Gebiet ist, weiß ich nicht, aber komm schon. Das wäre so lame, wenn das hier nicht das letzte Gebiet wäre in der Story. Oh, Level 20 noch für Gürfen. Immerhin kriegt man eine gute Erfahrung. Immerhin. Ja. Wieder der Geist. Klingt erstmal auf die Schnauze. Bam. Nicht gereicht. Ey, die halten richtig viel aus, die Gegner. Das ist wirklich kein, äh, lustiger Ort. Nein, aua, nein, das ist definitiv nicht. So, aber jetzt krieg ich beide down. Naja, also wenn ich zumindest ein bisschen, äh, MP hätte. Äh, jetzt. Da hab ich's. So, ich kann ein bisschen heilen, dann kannst du gleich noch ein bisschen kämpfen. Mhm. So, jetzt rauf da mit Mega Explosion. Zack, bye bye. Bye. Okay. Briefe halten. Lieber Mann, wie geht es dir auf deiner Reise? Bist du auch genug? Ein zweites Frühstück geht immer. Dein Cobra. Danke, König Cobra. Und yay, Michael geht's besser. Denn das nicht toll ist. Und das auch toll. Ja, super. Noch irgendwas? Würde ich auch noch irgendwas kennenlernen? Ja. Freddy will noch ein bisschen mit Verdonner kuscheln. Okay. Macht schnell. Macht schnell, hab ich gesagt. Gut. Baum. Okay. Ja, kein Bock auf Essen. Ähm. Blumenkleid. Hab ich kein Geld für. Silberrüstung. Sehr, sehr billig. Kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich besser ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist es aber. Okay, das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht nicht schön aus. Nee. Gut. Setz ab. Nämlich trotzdem immer gerne mit. Und ja. Zack. Und zack. Machen wir es so. Dann gibts auch schon. Dann machen wir es so. Ja. Passt auch. Oh, du Level 2 miteinander. Digit und Bani. Nicht so gut. Level R. 26. Okay. So, habe ich hier noch schnell alles geholt. Da gab es zwei Kisten unten. Wusste ich nicht. Ah, okay. 1750 Leute gerettet. Schön. Mhm, mhm. Ein Notfall. Mal wieder. Danny ist es diesmal. Dann sei es so. Es war so gewollt. Dann soll es nun auch so sein. So. Soll auch so sein, dass ihr beide euch noch ein bisschen besser kennenlernt. Weil ihr seid von Level 14 miteinander? Ja, gar nicht. Das ist echt wenig. 15. Schon besser, aber auch nicht so gut. Das wird noch besser irgendwann. So. Was gibt es dort drüben? Hier sollen wir unbedingt hin. Okay, bin ich mal gespannt. Was es hier gibt. Mhm. Nicht. Ja. Gut. Danke. Die Blicke. Die Blicke. Wunderschön. Yay. Bum, 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 bum. Oh. Nee, schon wieder. Die Person kam mir aber irgendwie bekannt vor. Sag mir bitte nicht, es ist. Woo. Alles gut? Oh, oh. Es ist, komm, AD. Ja. Oh, Hilfe. Oh, oh. Moment, was? Wir kämpfen gegen den dunklen, den dunklen Phantom vom dunklen First. Komm, AD. Ist das einer der Freunde? Kampf. Geile Musik. Rauf da. Mega Feuer. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Danke, Majestät. Wow. Level 3. Hat ein bisschen genaut. Halt bloß weg von mir. Oh, er ist in einem Albtraum. Interaktion, ja. Stimmt. Er ist nicht echt. Es ist nur ein Phantom. Zangangriff. Zack, zack. Oh, oh, oh. Komm, beeil dich. Ja. Okay, gut. Jetzt können wir tauschen. Gut. Ich kriege das hinten nur da. Oh, ich bin schon fertig. Das ging schnell. Dass ich das so schnell aufwache. Ist gut. Ich bin noch am überlegen, ob ich mein, 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 steuer benutzen, wenn mein Hyperstreuer oder ob ich jetzt noch warten lassen will. Obwohl, wenn es schon so läuft. Ich wollte was anderes anklicken hier. Leben. Kriegt alle ein bisschen HPs hier. Ein bisschen MP, könnt ihr auch alle noch ein bisschen gebrauchen. Vor allem du, Bunny. So viel verloren aus irgendeinem Grund. Ich gebe, Bunny mal Ultra und ich warte ab, wie es aussieht. Ich gebe, Bunny mal Ultra und schaue, wie es auf sie wirkt. Bäm. Die nächsten Folgen könnten vielleicht sogar ein bisschen länger sein, weil wenn ich in jeder Folge einen dieser richtig krassen Kämpfe hier mache, dann könnte es ein bisschen dauern noch, dass wir hier durch sind. Zack. Aber komm, ich vertraue auf mein Team. Mein Team ist gut. Ich habe die gut ausgebildet. Ein starker Krieger. Bäm. 100. So will ich das sehen. Ja. Gut, Bunny. So sollst du immer kämpfen. Gesichtsschutz. Schutz vor Corona. Nice. Okay. Oh. Und das ist gut. Wir haben richtig viel Damage gemacht. Bäm. Nochmal ganz viel. Ja. Geht. Ja, geht auch. Jetzt ist sie wieder normal. Ja. Ja, jetzt machen wir nicht mehr so viel Damage, ne? Oh, wer, wer, wer? Niemand. Besser ist. Besser ist. So, du kriegst nochmal den Ultra-Steuer. Wann die Kante hat sehr gut gebraucht, wie ich das Ding. Nicht immer Milch abschließen, was soll das? Komm, wir seiten irgendwie schnell, bevor wir uns noch streiten. Bäm. Komm schon drauf da, drauf da. Bam, bam. Woh. Bäm. Ja. Danke, Mann. Nice. Ultima Tesse. Komm, der hat zum zweiten Mal sein Gesicht zurückbekommen. Mein Gesicht ist es wieder da. Entdunkelter Fürst, come HD. Uff, das war schlimm. Erinnerst du dich an mich? Ja. Der dunkle Fürst? Genau, aber das ist alles lang vorbei. Jetzt bin ich ein normaler. Dein Sieg, das Ende des dunklen Fürsten, hat mich befreit. Vom dunklen Fluch. Der dunkle Fürst hat Schreckliches getan. Aber das konnte ich alles nicht beeinflussen. Bitte glaubt mir das. Ich meine, was habe ich denn bitte vorgehabt mit den ganzen Gesichtern? Ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen soll. Stimmt. Wenn wir so drüber nachdenken, wofür braucht der dunkle Fürst eigentlich die Gesichter? Ja, er kann sie auf die Monster stecken, aber steckt da vielleicht noch mehr hinter? Oder ist es wirklich nur Klammgesichter? Dafür mache ich meine Armee. Und das war's? Das ist mir ein bisschen zu simpel, oder? Sag mal, du wirst diesen neuen dunkleren Fürsten bekämpfen, stimmt's? Stimmt, genau. Mir, ich, ähm, mir läge viel an einer Art Wiedergutmachung. Würdest du meine Hilfe akzeptieren? Natürlich, Gomme, komm rein hier an die Crew. Danke, ich werde dich nicht enttäuschen. Wir schaffen das. Komm, ade, der entdunkelte Fürst hat sich hier angeschlossen. Kann man auch nein sagen? Bestimmt kann man das. Nice. Komm, ade, wird uns nun helfen. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge, wie er uns hilft. Bleibt dran, um es nicht zu verpassen. Ba, 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 yeah. Bis zum nächsten Mal. Gut, das ist unser Schick. Bis zum nächsten Mal. roles. Bis zum nächsten Mal.